Vanessa Mai spricht über den Umgang mit Vergleichen zu Helene Fischer und ihre Bewunderung für die Schlagerkönigin. Vanessa Mai, Vergleiche mit Helene Fischer waren schwer für sie. In der Schlagerwelt sitzt sie seit Jahren auf dem Thron. Helene Fischer, 39 Ihre Alben verkaufen sich im Nu und auch bei ihrer Rauschtournee, die die Sängerin seit Mitte April durch Deutschland, Österreich und die Schweiz führt, bleiben kaum Karten übrig. Bei solch einem großen Erfolg ist es für jeden schwer, der sich mit ihr messen muss. Lange Zeit wurde Vanessa Mai, 31, mit der Atemlos-Interpretin verglichen. Im Bild-Interview wurde sie kürzlich auf diese Vergleiche angesprochen und ließ tief in ihre Gefühlswelt blicken. Die Vergleiche sind nicht neu für mich. Aber der Unterschied ist, dass ich heute über den Dingen stehe. Deshalb kann ich damit viel besser umgehen. Früher war das für mich echt ein Kampf. Damit habe ich wirklich zu arbeiten gehabt. Auch wenn es nicht einfach war, ständig Helene Fischer als Messlatte vor die Augen geführt zu bekommen, ist sie auch heute noch ein Fan der Sängerin. Ich bewundere Helene nach wie vor. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich noch in einer Zeit groß geworden bin, in der man noch eine deutschlandweite Bekanntheit erreichen konnte. Heutzutage ist das für Künstler viel schwieriger geworden. Vanessa Mai Sie ist bei der Holiday on Ice Jubiläumstour mit dabei. Mit den Jahren äbten die Vergleiche glücklicherweise ab und Vanessa Mai kann sich ohne Druck nur noch auf sich und ihre Musik konzentrieren. Ein neues, aufregendes Projekt steht kurz bevor, denn schon bald wird sie mit Holiday on Ice unterwegs sein. Im Rahmen der Jubiläumstour wird sie sieben Konzerte musikalisch untermalen. Aufs Eis mit Kuven wagt sie sich dabei jedoch nicht. Wie sie gegenüber Bild verriet, seit meiner Zeit bei Let's Dance im Jahr 2017 bin ich reifer geworden. Ich muss nicht immer alles machen. Lacht, ich überlasse das Eislaufen den Profis und konzentriere mich lieber auf meine Musik. und locking werk mit Item ist. Ein immer nocheses Klavier